Dass Aktien die Grundlage für einen soliden Vermögensaufbau sind, das versteht sich von selbst. Wieso es aber für praktisch jeden Privatinvestor die bessere Wahl ist, in ETFs zu investieren, statt sich mit Einzelaktien zu beschäftigen, das möchte ich euch in diesem Video einmal kurz und kompakt näher bringen. Und deswegen gibt es heute 5 starke Gründe für ETFs und eigentlich somit auch gegen Aktien, gegen Einzelaktien zumindest. Wir legen direkt los mit Grund Nummer 1. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Punkt Nummer 1, die bessere Rendite. Passives Investieren bedeutet nämlich eigentlich nichts anderes, als die Rendite eines Marktes oder eines Indexes abzubilden, statt dem Versuch zu unternehmen, mit Einzelaktien diesen Index schlagen zu wollen. Das versuchen zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds mit vielen Mitarbeitern, Analysten, Computerprogrammen und Algorithmen. Und wer jetzt aber denkt, dass sie damit eine Outperformance erzielen, der liegt falsch. Studien zeigen, dass im Schnitt weit über 80% der aktiv gemanagten Fonds ihren Vergleichsindex, also auch wenn man so will, einen vergleichbaren ETF, nicht schlagen können. Grund genug also mal darüber nachzudenken, wieso gerade du mit deiner Art der Aktienauswahl das schaffen willst, was 80% aller aktiv gemanagten Fonds nicht schaffen. Aber Achtung, trotz statistisch vielleicht besserer Performance sind ETFs natürlich auch kein Allhaltemittel. Auch ein ETF-Portfolio kann und wird auch in einer Korrektur stark schwanken und kann genauso wie ein Aktiendepot auch mal längerfristig im Minus sein. Bevor wir zum nächsten Grund gehen, ein kurzer Hinweis. Wenn du noch kein Depot hast oder auf der Suche nach einem guten Zweitdepot bist, dann schau dir gerne mal Finanznet Zero an. Dort bekommst du aktuell eine gratis Aktie bei Anmeldung und mit dem Code COINWIFT nochmal 25 Euro Extra Bonus. Ich habe zu Finanznet Zero schon das eine oder andere Video gemacht. Ich verlinke es mal hier oben in der Videobeschreibung. Ihr könnt Sparpläne komplett kostenlos besparen. Ihr könnt ab einem Ordervolumen von 500 Euro komplett kostenlos in Aktien und ETFs investieren und darunter zahlt ihr nur 1 Euro Mindermengenzuschlag. Wirklich sehr transparent und für mich einfach aktuell der beste Broker. Wie gesagt, guckt euch gerne mal auch das Video dazu an, wo ich das Ganze mal live in Broker mal gezeigt habe, wie man eine Aktie kauft, wie man eine Aktie verkauft, wie man einen Sparplan erstellt und so weiter. Grund Nummer 2, Diversifikation. Hier mal ein Beispiel vom Vanguard Fuzio World. ETFs streuen das Risiko ab der ersten Sparrate, also schon ab dem ersten Euro, den man investiert. Wie gesagt, hier ein Beispiel vom Vanguard Fuzio World in 3.640 Unternehmen. Und selbst wenn die Top 10 Aktien aktuell 18% ausmachen, so ist das trotzdem eine super Diversifikation. Nehmen wir mal eine Sparrate von 25 Euro an. Somit würde man mit 25 Euro Sparrate gerade mal 1,07 Euro in Apple investieren, 1,06 Euro in Microsoft und gerade mal 50 Cent in Amazon. Und somit ist man quasi ab der ersten Ratesparate schon bestens diversifiziert. Aber auch hier wieder ein fettes Achtung. Die Diversifikation, die man mit dem ETF erreicht, ist immer nur so gut wie der ETF, den man auswählt. Wenn man jetzt zum Beispiel Vanguard Fuzio World nimmt, ist man bestens diversifiziert. In, ihr habt es eben gesehen, 3.640 Unternehmen. Wenn man aber zum Beispiel einen DAX ETF nimmt, dann ist man gerade mal auf 40 Unternehmen diversifiziert. Von daher auch hier aufpassen. Grund Nummer 3, ETFs sind günstig und das vor allen Dingen im Bereich zu aktiv gemanagten Fonds. Kein Wunder, denn hier zahlt man quasi den ganzen Wasserkopf der Fondsgesellschaft erstmal mit. Das kann im Jahr gut 1,5 bis 2% ausmachen. Und somit startet man in jedem Jahr, Jahr für Jahr erneut mit einer ordentlich negativen Rendite, die man Jahr für Jahr erstmal wieder rausholen muss. Bei ETFs liegen die Kosten ungefähr zwischen 0,1 bis 0,4%, was in diesem Fall schon mal eine wesentlich bessere Ausgangssituation bedeutet. Wie teuer ein ETF ist, das könnt ihr an der sogenannten TER, der Total Expense Ratio, erkennen. Hier sind quasi die Gesamtkosten des ganzen ETFs zusammengefasst. Und die Gesamtkosten für jeden ETF könnt ihr natürlich ganz transparent nachschauen. Hier am Beispiel vom Vanguard Fuzio World, hier haben wir eine TER von 0,22%. Grund Nummer 4, die Zeitersparnis. Rechnet man sich mal aus, wie viel Zeit man eigentlich investiert im Laufe eines kompletten Anlegerlebens, in die Analyse von Aktien, die Bewertungen, den Blick auf den Markt, Tech News, Durchforsten von Kennzahlen und so weiter. So ergibt sich theoretisch eine Ersparnis von weit über 90%. Denn schließlich kann man eigentlich sich einmal damit beschäftigen, kann sich einmal einen vernünftigen ETF aussuchen, kann alles automatisieren und kann das Ganze einfach laufen lassen. Und bei Gehaltsanpassungen oder Gehaltserhöhungen erhöht man einfach zum Beispiel die Sparrate. Das Rebalancing übernimmt dabei der Markt. Neue Aktien steigen zum Beispiel bei steigender Marktkapitalisierung einfach in den ETF auf. Und schlecht laufen Unternehmen, die vielleicht sogar einfach pleite gehen, die fallen einfach raus aus dem ETF und man merkt das nicht mal. Das ist zum Beispiel ganz anders, wenn man auch Einzelaktien im Depot hat. Hier muss man auch immer wieder den Ausstiegszeitpunkt im Blick haben. Dazu muss man sich einfach keinerlei Gedanken machen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, weniger Emotionen. Wenn man erstmal viel Zeit in die Analyse eines Unternehmens gesteckt hat, dann kann es durchaus passieren, wenn man das Unternehmen dann im Depot hat, dass man bei negativen Signalen zu spät die Reißleine zieht. Man hat sich halt emotional an die Aktie so ein bisschen gebunden, vielleicht sogar ein bisschen verliebt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, Stichwort Wirecard. Und so verpasst man einfach den richtigen Verkaufszeitpunkt. Bei einem ETF entfällt die emotionale Bindung einfach, weil man sich nicht aktiv mit den einzelnen Unternehmen beschäftigen muss und dann eben auch keine persönlichen Interpretationen oder Anlageentscheidungen trifft in dem Fall. Und das führt zu einer distanzierteren und rationaleren Betrachtungsweise. Man ist eben einfach passiv investiert. Und wenn dann vielleicht mal Unternehmen in dem ETF vielleicht sogar mal pleite geht, dann kriegt man es im besten Fall sogar überhaupt nicht mit. Und so lässt sich ein eventueller Crash- oder Bärenmarkt einfach viel besser überstehen, weil man einfach ein bisschen distanzierter zu der ganzen Sache ist und das Ganze eben nicht so sehr auf persönlichen Entscheidungen beruht, die man gerade dann in Crash- oder im Bärenmarkt eben anzweifeln wird. Auch das Risiko einer möglichen Insolvenz hat man einfach bei ETFs gar nicht. Wie gesagt, eben man merkt es einfach gar nicht, wenn mal vielleicht ein Unternehmen daraus pleite geht. Bei Einzelaktien dagegen kommt das immer wieder vor. Und das habe ich eben, wie gesagt, eben auch schon schmerzlicherweise selbst erfahren. So, das waren jetzt einfach mal fünf Gründe, die für ETFs sprechen und eben auch in dem Fall vielleicht so ein bisschen gegen Einzelaktien. Ja, es gibt natürlich genauso viele Gründe für Aktien und gegen ETFs vielleicht. Vielleicht machen wir da auch mal ein gerne Video zu. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.